Hier sehen Sie von einem zweiten Stelle Funcial von oben. Hier ist der Yachthafen. Hier stehen dann die großen Kreuzfahrtschiffe. Ein kleiner Tipp. Silvester auf Madeira ist das größte Feuerwerk im ganzen Mittelmeer. Jeder, wo ich hier war, hat gesagt, wow, das war das schönste Feuerwerk, was man je gesehen hat. Hier im Hafen von Funcial.